Hallo, du hast Spaß an Rhythmus und möchtest unter fachkundiger Anleitung die ersten Gehversuche in der Welt der Grooves unternehmen? Dann bist du bei meinem Workshop Rhythmus, bei dem man mit Rhythmus goldrichtig. Ja, was erwartet dich in meinem Workshop? Wir beginnen mit ganz einfachen Rhythmen, wagen uns dann aber Schritt für Schritt an komplexere Rhythmen ran. Aber zu komplex wird es nicht, keine Angst. Wir machen Übungen zur Vertiefung des Rhythmusgefühls und Rhythmussprache wirst du als große Hilfe erleben. Wir beginnen mit Klatschen und binden dann immer schrittweise mehr kleine Percussion-Instrumente mit ein, wie zum Beispiel dieses Ding, oder einfach nur Glace oder diverse Groove-Glocken. Oder aber auch mal ein Symbol. Ziel des Workshops ist also nicht nur das Entwickeln eines Rhythmusgefühls oder das Verbessern des Rhythmusgefühls, sondern es geht auch darum, gemeinsam einen komplexen Gesamtrhythmus oder Gesamt-Groove entstehen zu lassen. Das heißt, jeder Teilnehmer bekommt eine Stimme sozusagen oder einen Rhythmus oder wir entwickeln diesen gemeinsam, den er dann klatscht oder mit einem kleinen Percussion-Instrument spielt. Und das kann auch nur ganz einfach durchwegs beispielsweise Viertelnoten sein. Und nur im Gesamtgeflügel, also durch das Verzahnen dieser einzelnen Rhythmen, jeder übernimmt, jeder Teilnehmer übernimmt eben einen, entsteht ein mitreißender Gesamt-Groove. Also ich kann zwar sprechen, es wird Spaß machen. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf viele weitere nette Teilnehmer. Let's Groove!